Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Israels Staatspräsident Peres hat den palästinensischen Präsidenten Abbas persönlich zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch eingeladen. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Jordanien bezeichnete er den Palästinenser als Partner für den Frieden. Beide Seiten müssten die Schwierigkeiten und Gefahren überwinden, die erneute Bemühungen um Frieden behinderten. Abbas betonte in seiner Rede, ein gerechter Frieden müsse sowohl ein Rückkehrrecht für alle palästinensischen Flüchtlinge als auch die Freilassung von in Israel inhaftierten Palästinensern beinhalten. Muslimische Geistliche haben am Mittwoch das ehemalige deutsche Vernichtungslager Auschwitz in Polen besucht. Unter den Imamen waren Vertreter aus Indonesien, Jordanien, den palästinensischen Autonomiegebieten, Saudi-Arabien und den USA. An der sogenannten Todeswand in Auschwitz, vor der tausende Häftlinge erschossen worden waren, sprachen die Muslime ein Gebet für die Toten. Der Besuch war Teil eines Programms zur Aufklärung über den Holocaust. Er wurde vom US-Außenministerium organisiert. Die Israelische Botschaft in Berlin hat die Forderung der Partei Bündnis 90 Die Grünen nach einer Kennzeichnung von Produkten aus israelischen Siedlungen kritisiert. Die Anfrage erscheine wie ein weiterer Versuch, Israel negativ herauszuheben und dabei zu einem wirtschaftlichen Boykott aufzurufen. Es sei sehr bedauerlich, dass sich Mitglieder der Partei auf ein Thema konzentrierten, für das in einem endgültigen Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern eine Lösung gefunden werde. Die Botschaft betonte, Israel halte sich beim Export an die Abkommen mit der EU. Israel hat mit der Rettung des übernutzten und verschmutzten Jordans begonnen. Am Sonntag wurde erstmals der Deganya-Damm geöffnet und somit aktiv Wasser vom See Genezareth in den vom Austrocknen bedrohten Fluss geleitet. Zunächst sollen pro Stunde etwa 1000 Kubikmeter Wasser in den Jordan geleitet werden. Zugleich soll Brackwasser abgeleitet und aufbereitet werden. Dieses soll dann in der Landwirtschaft genutzt werden. Zu dem Projekt gehört auch der Bau von Abwasseranlagen. Das 2007 in Israel gegründete Unternehmen Better Place hat nach Millionenverlusten Insolvenz angemeldet. Der Konzern hatte gemeinsam mit Renault Elektroautos vermarktet. Das Unternehmen scheiterte mit dem Versuch, zunächst in Israel und Dänemark Elektroautos zu verbreiten und Aufladestationen für diese zu betreiben. Die Nachfrage sei wesentlich geringer als erwartet, während die Kosten zu hoch gewesen seien, teilte die Firmenleitung mit. Im November hätten sich Verluste von mehr als 560 Millionen Dollar angehäuft. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017